Hallo, Harley hier. Diesmal wieder mit dem Colonization Let's Play. Es tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen gedauert hat. Ich hatte es in Ankündigung ja schon gesagt. Ich hatte beim letzten Aufnahmeversuch ein technisches Problem. Da hatte ich mir schön drei Stunden Zeit genommen und mir gedacht, jetzt nimmst du mal ein bisschen was auf, so dass du für knapp eine Woche wieder Material hast. Aber Pustekuchen. Nach knapp zwei Stunden hat sich Colonization natürlich aufgehangen. Die Doffs Box war im Eimer, die Fraps Aufnahme automatisch gleich mit. Und dann war es das auch wieder. Ich hatte halt eine schöne Tonaufnahme, aber kein Bild. Kam dann natürlich knapp eine Woche lang nicht dazu wieder zu spielen und haben jetzt mit glaube ich knapp zehn Tagen Verspätung mal wieder dazu. So, wie wir gerade gesehen haben, die Mine ist erschöpft. Unser Silberbergarbeiter arbeitet jetzt ein bisschen weniger effizient, aber für das Finanzielle sollte es noch reichen. So, wie gesagt, es tut mir leid, dass es jetzt alles ein bisschen verzögert kommt. Da ließ sich aber jetzt nichts dran ändern. Hätte die Fraps Aufnahme mitgemacht, wäre es auch kein Problem gewesen. Das Spiel speichert ja alle paar Jahre selber, womit also vom eigentlichen Spielverlauf nicht viel verloren gegangen wäre. Aber wirklich geholfen hat es halt nicht, da Fraps dagegen war. Mal gucken, wie das dann jetzt weiterhin läuft. So, so, so. Irgendwas wollte ich jetzt noch mal nachgucken. Habe ich jetzt vergessen. Wir haben jetzt hier einen Silberbergarbeiter, der könnte natürlich auch hier wieder arbeiten. Haben wir ja ein Silbervorkommen, haben wir noch irgendwo ein schönes, das wir sonst noch nutzen könnten, hier oben. Da haben wir auch gleich Holz mit bei. Dann nutzen wir das auch gleich. Mal rekrutieren. Nehmen wir gleich einen mit, der das dann verteidigt. Wie gesagt, ich hatte jetzt schon ein bisschen gespielt, hatte kleine Probleme mit den Engländern. Halt ein bisschen weiß ich jetzt halt schon. Aber das beeinflusst den Spielverlauf ja eigentlich nicht, weil es könnte sich jetzt ja auch alles wieder anders entwickeln. Nehmen wir den Farmer noch mit und wieder ab in die neue Welt. So, zuletzt hatten wir ja noch die Probleme mit dem Spanier, den wir ja die Kolonie abgenommen haben. Den habe ich auch in der anderen Session nicht wiedergefunden, obwohl der hier irgendwo ja oben theoretisch sitzen müsste. Das sehen wir dann ja später. Und jetzt hoffen wir mal, dass diesmal die Aufnahme mitmacht. Ich werde jetzt auch erst mal nur vielleicht so eine halbe Stunde oder so aufnehmen, dass ich knapp zwei Folgen wieder zusammen habe. Dann halt erst mal die Aufnahme sichern, um dann wieder anzufangen, damit, wenn es noch mal abstürzt, ich nicht gleich zwei Stunden verschenke, sondern dann höchstens eine. Jetzt haben wir hier auch unser Sägewerk fertig. Ich hatte das nämlich ganz vergessen. Colonization hatte schon immer diese Probleme, zumindest seit ich es mit der DOS-Box spiele. Ob das jetzt an der DOS-Box liegt oder die CD einfach schon ein bisschen alt und zerkratzt ist. Das ist ja leider so, früher als Kind, Jugendlicher war man ja nicht ganz so pfleglich mit den Sachen, wie man es halt heutzutage ist. Da müsste man eigentlich mal ein paar Waffen herstellen, ne? Die Werkzeuge schon überlaufen. Da brauchen wir mal einen Waffenschmied als nächstes. So, dann das Schiff schön nach hier oben. Wir werden uns jetzt mal ein bisschen mit Silber zukleistern und hoffen, dass Pocahontas bald kommt. Das war ja, glaube ich, die nächste Mitglied der Gründerväter, den wir jetzt angeworben haben, damit wir uns dieses Theater hier mal sparen. So, jetzt kommt bald der Kontakt mit den Engländern wohl. Die hüpfen jetzt hier auch schon dran rum. Mein eigentliches Ziel ist jetzt, ich wollte hier oben noch schön verbinden, dass wir einmal hier die gesamte Küstenlinie nachher mit Kolonien voll haben. Einfach nur, damit wir ein geschlossenes Gebiet haben. Die Straßen werden, die müssen sowieso noch gebaut werden, um später im Unabhängigkeitskrieg halt die Möglichkeiten zu haben, schnell Truppen zu verschieben. Ich habe mir jetzt auch schon mal sagen lassen, man hätte ja ruhig auch einen höheren Schwierigkeitsgrad nehmen können, statt diesem. Ich habe auch schon selber Let's Plays von Colonization gesehen, zumindest schon zwei Stück. Einer hat halt auch, wie ich zuerst geplant habe, halt auf dem dritten Schwierigkeitsgrad und ein anderer hatte schon auf Vizekönig gespielt. Bei dem Vizekönig Let's Play habe ich aber gesehen, dass es genau so gelaufen ist, wie ich mir das hier auch gedacht habe. Man ist eigentlich nur am Truppenbau und hat relativ wenig Kolonien und versucht Kriege mit den anderen Europäern zu vermeiden. Einfach um den Unabhängigkeitskrieg nachher sicher über die Bühne zu bringen. Und das wollte ich hier halt verhindern. Hier wollte ich nämlich doch schon ein bisschen mit den anderen Europäern mich zoffen. Vielleicht auch mal mit den Indianern, die gehen uns ja eh hier auf den Keks. Jetzt bauen wir hier mal die Schule. Wir brauchen hier unbedingt noch einen für Werkzeug. So, und schon haben wir einen für Werkzeug. Können wir da nämlich dann auch schön den Verlag umzubauen. Mehr Freiheitsglocken. Und dann mal gucken. Und die Indianer nerven. Also so schlimm hatte ich das bisher noch keinem Spiel. Ich weiß auch nicht warum. Ob das muss ja nur an diesem einen Gerücht liegen, dem wir nachgegangen sind, an diese eine Grabplünderung. Oder einfach weil wir zu viele Kolonien in deren Gebiet haben. Ich weigere mich aber auch die jetzt einfach wegzufegen von der Karte. Das vermittelt ja auch den vollkommen falschen Bild. Die Holländer waren ja doch eher nett. So, da haben wir jetzt den Engländer mit seiner Königin und der anglikanischen Kirche. Okay. So, religiöse Freiheit und bla bla. So, Grenzen in den Abkommen natürlich. Und ja, geht in Frieden, Brüder. Und noch mehr Engländer. Ich glaube, wir haben jetzt, glaube ich, vier englische Dragoner bei uns auf der Karte. Die Werkzeuge schmeißen wir jetzt weg. Wir produzieren ja in zwei Kolonien jetzt schon. Können wir auch die Steuern ein bisschen tiefer halten. Die sind jetzt halt bei 5%. Ich weiß jetzt gar nicht. Hatten wir vorher schon mal was ausgeschlossen? Natürlich nicht. Wir sehen jetzt hier halt in Europa, dass alle Waren noch frei zugänglich sind. Abgesehen halt von den Werkzeugen. Steht drauf, Baikot. Mit denen können wir jetzt nicht mehr handeln. Wenn wir wieder mit denen handeln wollen, müssten wir jetzt noch mal draufklicken und könnten die dann sozusagen wieder freikaufen. Das Geld nutzt der König dann aber natürlich, um neue Truppen auszubilden. Und so wichtig sind die Werkzeuge jetzt nicht. Wenn wir Werkzeuge jetzt brauchen, jetzt für einen Pionier, können wir entweder gleich einen gestählten Pionier kaufen oder halt warten, bis in den Kolonien die Werkzeuge hergestellt wurden. Was ja derzeit auch relativ schnell geht. Isabella ist da ja ganz fleißig. Und da geht der Dragona drauf. Der Indianer aber immerhin gleich mit. Da kommt der nächste Engländer. So. Produziert dann ein bisschen mehr Nahrung. Und gleich noch mal das Lager ausbauen. Wir brauchen vor allem auch, glaube ich, bald mal ein zweites Schiff. Vielleicht müsste ich mir auch noch mal angucken, wie das hier mit den Handelsrouten funktioniert. Dann brauchen wir uns selber den Stress nicht mehr geben. Dann fährt das Schiff einfach nur die Gegend ab. Hier haben wir jetzt schon 90%. Und man sieht, die Nahrungsproduktion hier ist enorm. Hier unten haben wir schon 135 Tonnen Nahrung. Ab 200 Tonnen Nahrung gibt es hier dann einen neuen Siedler. Den können wir dann auch gleich irgendwo einsetzen. Und da steht jetzt ein Indianer im Weg. Und ein französisches Schiff. Warten wir mal, bis der Indianer weghäupelt ist. Und kümmern uns dann dort um die nächste Kolonie. Wie lange braucht Pockerhund das denn noch? Da. Na, ist ja nicht mehr lange. Zwei, drei Runden vielleicht noch. Und dann haben wir mit den Indianern vielleicht mal wieder ein bisschen Ruhe. Ruhe. So. Alle an Land. Müssen wir mal in den Kolonien gucken. Hier gibt es nicht viel, außer ein paar Fällen. Hier waren, glaube ich, Zucker fällig. Gleich mal abholen. Und wir haben jetzt wieder einen erfahrenen Dragona drin. Also das läuft. Wir klauen uns die Nahrungsmittel. Sollen sie mal haben. Da haben wir ja eigentlich keine Probleme mit. Jetzt habe ich gerade gehört, hier stotterte es gerade ein bisschen. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht schon ein Zeichen ist, dass es gleich drauf geht. So. Pockerhund das ist da. Da haben wir die Kleine. Jetzt steht schon mal. Sämtliche Spannungen zwischen ihnen und den indianischen Völkern werden abgebaut. Und die Algebra an meine Unruhe wächst nur noch halb so schnell. Das wollten wir doch haben. Als nächstes nehmen wir jetzt den Hatzen. Der verdoppelt die Fellproduktion. Dann können wir danach nämlich uns darum kümmern, hier ein paar Mäntel noch herzustellen, um wieder ein bisschen mehr Geld in die Kassen zu kriegen. Pferde sind hier auch genug. Das heißt, aus den Soldaten machen wir gleich den Dragona. Und wir bauen weiter. Langsam, aber stetig entwickelt es sich. So, hier oben warten, befestigen, roden und warten. Es ist noch derzeit alles ein bisschen ruhig hier. Ach, die Spanier sind bei den Azteken. Man sieht, der Spanier ist wieder relativ aggressiv. Der vernichtet immer gerne Indianer. Das sollte dann auch reichen. Da müssen wir dann nicht auch noch mitmischen. Und wie gesagt, als nächstes brauchen wir ein weiteres Schiff. Dann werde ich mal gucken, wie ich hier die Handelsroute eingerichtet kriege. Das sollte dann ja eigentlich auch alles so klappen. Das Geld sollte auch reichen, dass wir ein zweites Handelsschiff rankriegen. Wenn wir etwas Glück haben, vielleicht sogar noch eine Galeone. Jetzt haben wir in Fort Orange 100% freiheitsliebende Menschen erreicht. Das heißt, die Produktion wird halt nochmal um plus zwei erhöht. Wenn wir jetzt hier gucken. Hier wird gut Nahrung rausgeworfen. Sollen sie mal machen. So können wir ja. Also so können wir uns dann wenigstens dieses Einkaufen der Siedler sparen. So, hier ist schon mal gerodet. So, was ich eigentlich noch erzählen wollte. Das hatte ich nämlich, glaube ich, ganz am Anfang vergessen. Es gab ja von Colonization, glaube ich, von 2006 oder so. Oder 2008. Eine Neuauflage. Halt auf Grundlage von Civilization 4. Das Civilization 4 wird aber dafür nicht benötigt. Das zählt halt als Standalone-Spiel. Wo man dann halt mit Civ 4-Grafik dann Colonization spielen kann. Während es in diesem Spiel im Original halt möglich ist, jeden Gründervater in jedem... In jeder Nation... Jede Nation kann hier jeden Gründervater theoretisch kriegen. Ist das halt in der Neuauflage beschränkt. Wenn dort eine Nation den Gründervater angeworben hat, können die anderen Nationen das nicht mehr. Ist halt auch ein bisschen realistischer. Soweit man bei einem solchen Computerspiel von Realismus halt reden kann. Aber ansonsten fand ich das Spiel sehr kurzweilig. Also es war zwar jetzt nicht schlecht, es hat auch wirklich Spaß gemacht. So, jetzt sehen wir hier einmal, dass ab jetzt das Jahr nicht nur im Jahre weise die Runden gezählt werden, sondern jetzt halt auf Frühjahr und Herbst mitgerechnet werden. Also zwei Runden pro Jahr. So, jedenfalls die Neuauflage von Colonization war relativ kurz. Also die Rundenzahlen waren relativ kurz bemessen, bis man die Unabhängigkeit erklären musste. Hier hat man halt mehr Zeit. Ebenso war das Spiel auch ein bisschen... Also ich bin ja da mehr für diese Originale, was vielleicht auch einfach nur daran liegt, dass ich halt vorgeprägt bin. Ich habe es halt jahrelang so gespielt und konnte mich mit der Neuauflage halt nicht wirklich anfreunden. So, jetzt haben wir hier unseren Verlag fertig. Das ist natürlich nicht schlimm. Es gibt auch eine Mod, die haben halt andere Spieler entwickelt, mit der die Neuauflage halt mehr an das Original heranreicht. Die Runden werden ein bisschen länger. Das Kampfsystem wird etwas angepasst. Jetzt haben wir hier unsere Franzosen zum Ruhme Frankreichs. Jo. Ja, Frieden wollen wir und geht in Frieden rüber. Wenn wir nochmal gucken, läuft. Hier wird es übrigens ein bisschen rum mal hergestellt. Bringt halt auch Geld. Und so. Dort lang wird hier die Straße bauen. Dann gucken wir mal, ob wir eine Verbindung nach da unten hinkriegen. Eins, zwei. Wird wohl nicht reichen. Aber in Isabella warten ja noch Werkzeug. Silber rein. Herz. Ach, und die sechsten Mäntel können wir mal mitnehmen. Und wieder ab nach Amsterdam. So. Ich brauche eindeutig mehr bewegbare Truppen. Das habe ich vorhin schon mal erwähnt, weil sonst zieht sich das jetzt ein bisschen. Also werde ich auf das zweite Schiff wohl noch ein bisschen warten, mit stattdessen ein paar Dragona oder Speer zu legen und dann mal ein bisschen im Süden und Norden gucken nach den Engländern und Franzosen, dass man da mal ein paar Kolonien findet. Muss man ja auch nicht gleich erobern, wie wir es mit bei den Spaniern gemacht haben. Mal mal ein bisschen die Karte aufdecken. Die Spanier haben eine Fregatte hier vorbei. Das ist natürlich hart. So eine spanische Fregatte kann halt angreifen. Also generell halt Fregatten und Karperschiffe. Und da wir jetzt noch keine Schiffe haben, die verteidigen können, ist das für uns halt ungünstig. So, weg, 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 weg. Ah, hier. Ja, Karperschiff kaufen? Nee, nee. Was geht denn? Pferde. Ich habe schon wieder vergessen, was wir eingeladen haben. Ist zwar jetzt ein paar Sekunden her, aber der Fischer kommt dann einfach hier hin. Dann können wir hier ein bisschen Tabak noch abbauen. Tabak kennenlaten wir jetzt, glaube ich, auch noch in Amsterdam rumstehen. Und der Franzose hat hier eine Kolonie gegründet. Das ist natürlich jetzt nicht so, wie ich es haben wollte. Das zerstört mir ja meinen Plan, hier nachher eine schöne geschlossene Front hinzukriegen. Obwohl, es reicht ja, wenn ich hier eine Kolonie baue, dann habe ich die auch alle zusammengeschlossen. Dann haben wir übrigens auch alle Rohstoffe abgedeckt, hier mit Baumwolle. Tabak hatten wir da unten, dann fehlt eigentlich nur noch Zucker. Dann da noch eine Kolonie und da noch eine. Und dann hätten wir das eigentlich durch. Also müssen wir noch für sechs Kolonien bauen. Dann hat der König nachher, wenn er uns vernichten will, wenigstens auch ordentlich was zu tun. Und jetzt ist die Frage. So, der Fischer soll nach hier hinten, die Dragona soll nach da unten und den Pelzhändler muss ich irgendwo hinpacken, wo wir nachher Fälle rankriegen. Und das wäre auch da vorne. Na, das wird schon klappen. So, Lagerhauserweiterung steht. Und jetzt erstmal die Schmiede bringt nichts. Dafür produzieren wir hier zu wenig Eisen. Also bauen wir mal ein Vor. Ein bisschen die Verteidigungswerte hochziehen. So, und die Dragona mal ausladen. Ausladen.